Nochmal. 3-3-3, Holz. Das ist ja Quarz. Mann, Quarz. Ich kann das ja nicht sagen. Holz-Glas oben. Okay, und wie sehen die aus? Ein großer Block, oder was? Was? Man ist weg hier. Na, wie verbindet man die mit den Lampen denn? Geh weg! Geh weg! Nein, 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 nein! Kann ich sie hoch? Ne, kann's nicht. Mach doch erstmal davon, so viel wie die Lampen haben. Alles cool. Wie lange braucht man, um das mit der Hand abzubauen? Brauch nicht lange. Äh... Aber der reagiert nur auf Sonnenlicht. Also das heißt, er macht das ab, wenn Sonnenlicht da ist. Damit kann man zum Beispiel eine Umkehrformation machen beim Licht. Du kannst aber Lampen anmachen, und wenn es dunkel wird, gehen die Lampen an, und wenn es hell läuft, gehen die Lampen aus. Da brauchen wir aber Redstone-Lampen. Und wie geht das? Ne, Lampen mit den Glowstone nehmen und dann mit Redstone irgendwie. Ein Schalter oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Wenn das Licht reagiert. Wie macht man dann, dass es bei Dunkelheit hell wird? Wenn das... Sag ich mal ganz einfach. Wenn das Licht drauf ist, geht der... Ähm... ...Massen mit Umkehrschaltung mit Redstone-Fackel. Die Redstone-Fackel ist halt an, wenn das Licht, ähm... An ist... Ah, ne. Es ist aus, wenn das Licht an ist. Also... Wenn die Sonne oben ist, ist die Fackel, ähm, aus. Und wenn die Sonne, äh... Dann runter geht... Geht der Sensor ja... Kriegt der keinen Empfang mehr. Und somit geht Redstone-Fackel wieder an. Und somit wird dann alles aktiv... Nein, 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 nein... Die Puppe... Wie verpackt man das? Wie verpackt man das hier bei den, ähm... ganzen Laternen? Die Laternen? Naja, dann müssen irgendwie die Redstone-Fackel da ranpacken und so... Das ist, äh, ein bisschen komisch dann. Ja, eh... Prozent Prozent der Verkaufgabe und Öko-Tipps und Spahn genau das ist diese Dinger gemacht sein und hier ist ein Beispiel für den Lampen mit Tageslichtsensor ich war so um auch mit Menschenrechte die Summe 1 auf morgen das Sohn Da mach ich mal diese Sensoren. Aber wir brauchen unbedingt mehr Diamanten ey, das ist echt mau. Geh, wir sammeln. Glas. Wieso mach ich? Weil du... der bist der Sammler. Ey wir haben kein Glas. Doch. Ey wo denn? Hier eigentlich. Ey wo ist das Sinn? Ja. Wenn ich das überlebe mit vielen... Ich schaffe das nicht. Wir haben keinen Achtung auf hier am Sandtuch. Ja, super. Einen Block Sand habe ich hier rausgenommen, cool. Hä, wo ist das ganze Glas? Hä, wo ist das ganze Glas? Glas für meine Kiste. Was ist das eine Kiste? Es gibt nur eine Kiste in mein Haus. Ach, in deinem Haus. Er hat dir einfach das ganze Glas mitgenommen. Ey, glaubst du das? Das glaube ich, ja. Ich hab auch Glas in meinem Haus. Du unterstest jetzt keinen. Oh. Das war gemacht. Ich kann nicht immer nicht sein. Ja, was er alles gebunkert hat, ey. Ja. Du bist nicht nett. Ach. Wann bist du denn nett? Ist denn die nett? Ja. Was? Wer ist nicht nett? Marco. Das stimmt. Oioioioioi. Oioioioi. Oioioi. 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 Aquai, Philippe. So. Erstmal ein Schwert verzaubern. Und warum? Weil ich's kann. Achso, Philipp, ich hab' heute bei meinem Haus schon weitergebaut, ne? Ja. Kann schon ein bisschen weggehen. Warum fehlt denn hinten einfach mal vom Zauberraum da hinten die Ecke? Die fehlt schon. Da hat jemand einfach mal... Gestöhnt. Genau. Genau. Und ich will Katzen haben. Ich will jetzt unbedingt Katzen haben. Dann geh im Dschungel und tue die Veschl. 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 Kann ja wohl nicht sein. Fass. Naja, ich wies. Hab gelogen. Weil die Wipps unneutig ist. Schleg mich dein Golem. Äh, schleg dich meinen Golem. Ja hallo, übertreibst du doch nicht, ey. Hallo, ich hab' kein Schwert in der Hand. Ja, aber du schlägst mich da zehnmal. Ja, und? Ich hab' aber kein Schwert in der Hand. Ey, ich hab' Looting 2, ne? Darauf kommt's nicht an. Hey, du schlägst mich. Ah, oh, ich hab' Looting 2. Ey, ich kann jetzt hier die Nether-Skelette killen. Ja, guck, cool. Ich kann nicht überhaupt sagen, wo die sind. Ich hab' da festung. Ich hab' da festung. Ich hab' da festung. Das dumm ist, die erste festung, da hab' ich auch keinen, ähm, Punkt mehr jetzt. Weil die ganzen Dinger weg sind jetzt hier. Ich kann dir ganz viele festungen zeigen. Ganz, ganz viele. Dup, 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 dup. Da find' ich auch bestimmt wieder hin. Ja, also zuerst im Blick auch hin ungefähr. Boah! Oh, what the fuck. Na, was denn? Ich mach' auch noch ein paar, äh, paar mehr. Ich mach' noch mal was nicht mehr. Ah, essen, genau. Ich würd' sagen, ein paar mehr Golems machen wir noch, ne? Noch mehr? Das sind doch schon zwei. Ja. Und seitdem hab' ich keine Monster mehr hier gesehen. Da sind dann zwei. Ach, hinten auch einer, ja. Ja, bei der Fahrt. Nur einer geht noch. Ja. Haben wir nicht irgendwo ne Kiste für Kisten? Ja, ist gewöhnlich. In der Holzkiste. Naja, hier in der Holzkiste. Da sind 13 Dinger dran. Jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, wenn ich das überlebe den Sprung, dann Halleluja. Ja. Lass dich. So. Oh! Ein halbes Herz. GG. Good game. Ja, good game. Gut gesprungen. Ähm. Kürbisse sind auf der Plantage. Aber da haben wir noch hinten noch hier in der Kiste noch welche drin. Ne. Nicht nicht. Ah, da. Da. Und. Kürbisse. Kürbisse. Ey, man kann aber die Lampen dann nicht so machen mit diesem Holzzaun. Oder mit dem Stein. Mit der Steinmauer. Ne. Und wie man so den Weg die machen soll, kann man auch keine Ahnung. Äh, wenn ich das so machen will, muss man die halt mit Blöcken nach oben machen. Das ist dann einfach nur so ein Stab. Mit Klaus da oben. Uuuuh. Ja, wie ist denn hier? Guck mal, da ist wahrscheinlich einer. Ja, aber hier äh. Hinten bei den Stafen lieber platzieren sollen dann. Falls der hier mal ein bisschen herzlich gehört, der eine. Ja, der hängt sowieso immer nur im Zaun. Das ist unser Hund. Ersatzung. Er ist Autos. Hä? Wo teste ich die Farm? Äh, da. Was macht sie? Sie will abernten. Das heißt, du musst... Ich pflanze dir alles an. Ja, ich mach das. Für dich. Ja, ne. Ich mach das. Wir gucken, ob das klappt. Ne. Funktioniert nicht. Ist das besser. Ja, ich weiß. Ah, hier ist ein Fehler, oder? Bei mir geht das. Wenn du jetzt unten drunter gehst, muss ganz vorne eine Kiste sein. Warte mal. Sehr lustig. Alles drin. Warte. Ich hab... Ich... Oh, ich hab's geschafft. Hallo Julia. Ohne Schwitzhacke. Ach, hier ist der... der Dings drin, ja? Warte. Warte, warte. Da ist alles... Also, vieles ist vorbei, da, ne? Scheiße, Mann! Ah, okay. Ich bin am Arsch. Bist tot? Ne, kann einer irgendwie die Portal wieder anmachen. Hm, warum geht das nicht? Dann würde ich kommen. Ja, das Ding wird immer ganz schnell voll, oder? Also, keine Ahnung. Wie geht? Unten ist ja gar nichts. Aber eigentlich müsste da was reingehen. Phil, versteck dich, ich komme. Ja, mach mal bitte. Portal anmachen wäre cool. Ich hoffe, das bockt nicht am Arsch der Welt jetzt. Macht der wieder ein neues Portal, oder so? Stellt der wieder ein neues, oder? Ja, denke ich mal schon. Boah. Ich bin nicht am Portal und dann kommt so ein hässliches Glas und haut mir das Ding weg. Wir müssten da einfach mal, ähm, Dings drin machen. Äh, so ein Horst hinbauen. Ja, kannst du zu mir kommen und das Portal aktivieren, weil ich reingehe. Ach, das ist ja. Loil. Da haben wir ja drei Portale. Gaaas. Da kommt bald ein Niederhaus bauen, wenn es so weitergeht. Äh, aus... Ne, mach ich auch gleich. Aus Obsidian können wir ein Haus bauen, wenn wir so viele Portale machen. Genau. Ey, das ist für die Obsidian-Quelle eigentlich, oder? Ja, man kriegt immer noch eine kostenlose Szene. Oder zwölf sogar. Boah, ich hab's geschafft und ich hab ganz viele... Quaaz. Ganz viele Quaaz. 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 Will jemand einen, äh, Diamantschitz habe ich Verschenke ist? Herr Mensch. Äh, ich hab das gar nicht. Ich bin in in den in die Kiste. Aua. Ist doch knapp. Äh, hier oben. Wird's denn weg? Wird's denn weg? Hä, das wurde geklaut! Ja, also zum Verkehr vom Meister rein, oder was? Oh, ja. Nochmal eine Rufsee. Wer hat das denn geklaut? Was dann? Neta-Quarz. Ich habe alles dabei. Ich habe nur diese Sensoren gemacht. Ich habe nach Hause gefunden. Freiheit. Also entweder wir verlieren jetzt Maschinen im U-Bahn-Tunnel. Wir bauen ein Haus im Neta. Oder wir suchen Katzen. Ist doch eh in 17 Minuten die Aufnahme vorbei. Katzen suchen ist langweilig. In 30 Minuten. Halbe Stunde haben wir noch. Ich habe keinen Bock mehr. In den 17 Minuten gehe ich. To-do-Liste. In den 17 Minuten. Weg ausleuchten. Weil da 3 Stunden noch sind. Laterne aufstellen. Reloading. Die aufnahme läuft seit 2 Stunden und 30 Minuten. Kann das sein, dass die To-do-Liste total not up-to-date ist? Die ist überhaupt nicht up-to-date. Die wurde irgendwie noch nie erneuert. Warum funktioniert das nicht? Was ist mit dem Ding kaputt? Mit was denn? Dem Dropper. Was ist das? Genau. Was willst du mit dem Dropper machen? Ja, dass er die Kisten auffüllt. Hä, meinst du nicht ein Hopper, also ein Trichter? Du musst neben dem Dropper die Kiste hinlegen. Da, wo der Mund ist. Man. Da, wo an dem Hopper dieses komische kleine Ding ist. Da muss die Kiste hinlegen. Da muss die Kiste hinlegen. Ja, aber es geht auch, wenn es drunter ist. Du musst gucken, wo das kleine Ding hängt. Es kann auch seitlich hängen. Ja, ja, aber es ist unten. Also, es geht auch noch unten. Du kannst den Dropper so hin drehen, dass er nach unten guckt. Hopper. Hopper. Hopper oder Dropper ist ja völliger, wie das Ding heißt. Hip. Hopper. Das Ding geht auf jeden Fall nur da, wo das Auge ist oder der Mund. Ist bei dem Spar was? Da spuckt er es auch aus. Und da... Jetzt machen wir halt ihn kurz weg, ne? Was machst du kurz weg? Den Hopper. Äh, nicht, dass das Wasser runterläuft, ne? Ich hab da ein Schild hingemacht. Okay, aber dann ist alles kaputt. Ja, wie komm ich denn jetzt am besten hoch? Da mach ich dann mehr Steine weg. So, das kommt weg. Was machen wir denn jetzt? Aha. Das ist in der Trichter, da ist er. Da haben wir noch Schien zufällig. Oh, ich hab keine Ahnung, wo Joghurt ist. Ach, da oben. Nice. Wo Joghurt ist? Wo irgendwas ist. Ich hab Joghurt verstanden. Ich hab Hunger. Ich auch. Ich hab auch immer Hunger. Wir machen ja wieder schöne Sahnehähnchen. Hier, guck mal. Machst du einen Teller für mich mit? Komm mal her. Halben. Sprit. Für dich doch immer. Dann ist gut. Ach, dann halt nicht. So. Ja, wie mach ich das jetzt am besten? Wenn du dann die Kiste da jetzt wegmach, dann fließt kein Wasser rein, oder? Wenn drüber Erde ist, dann nicht in der Regel. Ich hab jetzt einfach so kurz Erde gemacht. Oh nein, ich bin aufs Feld gekommen. Ist das kaputt? Ja. Kannst du noch ausstellen. Ich hab den K Solstang fertig gebaut. Ach, ich hab der Gold edit gar nicht mehr drauf. Der World Guard. Scheiße. Ah. Weil ich hatte es eigentlich ausgestellt, aber... ...ich hab's da runter gemacht. Erstmal. Ich weiß. Hast gehört Ketukon, ja? Wir brauchen viel mehr Schienen, die rechnen bei weitem nicht. Jetzt machen wir was in den Trichter. Warte. Ja, geht rein. Wie hast du es hingekriegt? Ja, dieses kleine Ding. Da ist so ein kleiner, kleines Quadrat, so ein Würfel. Der muss da halt zeigen, wo es hingehen soll. Ja, das war doch bei mir auch schon so, oder nicht? Nein, und du musst den halt... Warte. Philipp, meinst du das eigentlich ernst mit den ganzen bunten Sachen da drin im Haus? Kannst du das nicht trauschen? Sollen die so bunt sein? Das ist eine moderne Tapete. Ja. Das ist eine moderne Augenkrebs-Tapete. Ja, damit ihr bloß nicht um mein Haus reinkommt. Ja, man kommt gar nicht an die Kiste ran, ist das dumme. Na doch, von hinten hast du... Ach... Ach... Warte mal. Alter, das ist aber... Da ist das... Da! Warum ist da ein... Das ist... Das ist heftig, ist das... Na klar, du kommst hier an die... Wo ist der Eingang? Hier an die Kiste ran. Klass. Doch, doch, von hier aus kommst du an die Kiste. Da steht auch eine von dir. Wo? Jo, oder was? Das ist meine einzige. Achso. Die baue ich mal ab, weil die kommen woanders hin. Ich pack die mal in... Da oben hier rein. So, ist das hier richtig. Wir können die immer da oben reinpacken. Also, hör an. Ist ganz gut. Da stehen sie nicht im Weg. Ich glaub mal, so ist jetzt richtig, oder? Dann geh ich mal angeln, weil es jetzt gut ist. Bleib du mal unten. Ah. Geh mal nach unten. Ich mach mal hier... Coco Beans. Dann müssen wir das bei der anderen Seite... Oder du musst es bei der anderen Seite auch noch machen. Jo. Eigentlich wurde nichts weiter gebaut heute. Das war mein Haus. Aha. Gar nicht wahr. Ich hab weiter... Wir haben die Farm getrichtert. Get triggered. Oh, Alter. Lockback ist ja mega... Nicht rein, oder? Die geh nicht rein, oder? Ich weiß nicht. Es ist noch nix dran. Die bleiben alle hier an der Ecke hängen. Du schreibst xp-bank ist mal rein. Ecke in Klammern ganz oben. Dann machst du OK. Und dann immer mit rechtsklick die... Abnehmen die Level und mit linksklick immer hinpacken. Den Level. Alles klar. Komm. Hier folgt jemand auf Twitter. Oh yeah. Oh oh. Was heißt da oh oh? Hier ist Wasser reingekommen. Und da liegt Redstone. Gar nicht gut. Wie viel Verzauberung können eigentlich auf dem Schwert drauf sein? Drei, vier, fünf... Weißt du wie das war? Wie ne? Vier. Ne. Hey, weißt du das mit dem Redstone wahr? Nein. Ich bin kein Redstone-Kinner. Da musst du... Da musst du Gamer D und Phil fragen. Die haben das hier gebaut. Phil. Farben. Was? Wie bitte? Die Hühnerfarm ist auch kaputt gegangen heute. Die Hühnerfarm ist kaputt. Wieso? Ja. Weil da ein Creeper drin war. Oh nein. Oh doch. Hab ich doch vorhin schon gesagt. Hört ihr dir nicht zu? Nee. Oh. Oh. Oh Mann, 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 Mann. Der Hühnchenquetscher, ja? Ja. Toll. Was denn da war kaputt? Ey, ich stell die Creeper aus, ey. Ich schnauze voll von den Viechern, ey. Oh, da war hinten bei dem Edmund-Ding ein Creeper drin. Hab ich dir doch in Skype geschrieben. Kannst du nicht lesen? Ah, hast du irgendwas geschrieben mal. Hab ich sogar alles kaputt von der Redstone-Leitung, oder? Hä, wie? Hier unten? Ist das mir bei Skype geschrieben? Heute oder was? Nein, nicht dir, Phil. Du kennst dich doch mit Redstone-Zeugs gar nicht aus. Wo ist denn da was kaputt jetzt? Genau unter dem Wasser. Warte, meinst du mich oder meinst du Phoenix? Egal, wo was kaputt ist hier beim Hühnchenquetscher. Ach so. Geh doch hinten rein. Dann gehst du weiter nach hinten. Hier. Ach, hier. Ach, die Eiermaschine. Ach, was war denn hier? Keine Ahnung. Hier war die Glock? Ich glaub schon, ja. Wird mir extra nach hinten gelagert. Okay. Hier kommt die Kuh einfach mal rein, geil. Das ist ja der Schüler-Kuh. Ich hab heute kein Material dabei. Sollt ihr ja immer irgendwie machen. Nein, nein, nein. Ich hab da alles reingetutet. Weg. Nichts. Ich hab da Sachen reingetutet. Er ist kaputt gegangen halt. 20 Minuten, dann schon noch zu Ende. Also letzte Folge. Unter der Farm muss man auch das Redstone reparieren. Was? Unter der Farm muss man auch das Redstone reparieren. Unter der Farm muss man auch das Redstone reparieren. Unter der Farm muss man auch kaputt? Ja. Das war aber er, das war ich nicht. Ja, weil da was da reingeflutet ist. Reingeflossen. Oh Mann. Alles kaputt. Hatten wir hier nicht mal eine Tür? Hatten wir hier nicht mal eine Tür. Hatten wir hier nicht mal eine Tür? Ach, das kann man die Zitter noch nicht hinmachen. Ich darf mich mal angucken. Die Strömung muss sich ändern, damit es auch in den Dreh da reinfließt. Sonst geht's nicht. War das denn? Hä? Das war ein unsichtbarer Block und als ich drauf und hab dann bis da ein String rausgekommen. Rüchte ich hier hin? Was ist? Rüchte ich nochmal? Rüchte ich eigentlich hier hin? Hey, wusstet ihr das mal? Was ist das denn? Hey, Chris, komm mal. Weil ich hier rein gehackt. Lass mal, lass mal. Äh, zum Lagerhaus. David, rechts. Ich kann dir das ganze Zeug runterwerfen. Hey, da ist ja wirklich was. Warte. Was ist denn da? Er hat sich direkt bei Skate rausgeflogen. Sie? Keine Ahnung wer. Nein. Glück. So, was denn? Guck mal. Du siehst ja, dass ich das in der Hand hab. Und jetzt guck mal. Wenn du ganz genau hinguckst, dann siehst du's. Das ist der Faden, ja. Ja, aber was macht der da? Wieso? Das ist so ein Tripwire ist das. Also du kannst den damit verbinden. Diese beiden, äh. Du kannst den Haken reinsetzen, dann die, ähm. Die Fäden dazwischen packen und dann ist halt so ein Stolperdraht irgendwie. Ja, aber das sieht aus wie ein Bug. Hm, wie fließt das am besten da rein? Ähm. Warte mal, was soll ich damit? Ähm, in die Monsterdrop-Kiste. Okay. So mag mal Cream, oder? So mag mal Cream, oder? Ja. 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 Ja.